hm ok wir sind gerade hier dann machen wir das doch aber eigentlich Leute zum anrufen wer sollt mit mir an der Megamall einen Enterprise sein ok wie viele Aufträge hat der Typ bitte noch aber das ist nicht einfach ähm wait, der Auto ist jetzt komplett großartig ich habe eine komplette Fiel-Triale in reale life circumstances was du? ich habe zu den anderen Triads dass du sie in eine Runde bereitsteht dass wir alle kommen nehmen warum würde sie das machen? ich habe mir gedacht, dass wenn sie die Auto gewonnen könnten sie die Auto behalten was? bist du verrückt? verrückt wie ein Shih Tzu hehehe damit werden sie versuchen ihre Besten um dich zu schützen ich denke, dass die meisten von ihnen zu schützen benutzen Verrückung jemanden wird sogar auf dich es ist der perfekte Test für die Auto-Kraft ich kann es nicht glauben oh nein keine Ahnung das Auto ist für dich sobald du keine Fehler machen dann werden wir gut wir? du gehst mit mir? oh nein viel zu gefährlich für mich so lange wir keinen Fehler machen es werden Fehler passieren das kann ich schon mal versprechen ja moin wait soll ich die jetzt alle abschießen oder wie? naja läuft gar nicht gut okay 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 weiss sie wieder auf den Controller wechseln besser zum äh fahren zum schiessen ist Tastatur besser und Maus aber zum vor allem den Controller und wir bekommen jetzt alle Autos oder wie? habe ich das richtig verstanden? ich war leicht abgelenkt sie haben das denn gewonnen okay und das heißt jetzt du hast es geschafft du hast es geschafft fantastisch ja fantastisch wirst du nicht sehen? mein Auto ist ein unglaubliches Erfolg danke Wei ich konnte nicht mehr für einen besseren Testpilot ich denke was du sagst 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 irgendwie komisch der Typ sieht richtig schlecht modelliert aus und von der Grafik her richtig schlecht und die anderen sehen einfach viel besser aus wieso hat jetzt hier wieder Aberdeen Derby Aberdeen Spitztour sind das neue Rennen bitte sag mir das nicht Alter wir schauen uns eins mal an wenn das wirklich nicht so Rennen sind nochmal eine Rennserie dann ja oder I don't know . So Herr was. Alle Gegner besiegen! Okay. Hey, kann man endlich stehen bleiben, oder nicht? Wahrscheinlich ja nicht. Das sieht gar nicht schwierig aus, ehrlich gesagt. Das ist noch einer. Nice, das war's. Kommen wir denn am Schluss irgendetwas Spannendes, oder? Nur Geld. Wahrscheinlich nur Geld. Von daher wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Aber mal schauen. Ja. 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 Gibt es da glaube ich jetzt auch nicht, wenn ich das wirklich gesehen habe. Schön, wie die einfach rein spawnen. Ha, schon geschafft. Die sind ziemlich einfach, daher machen wir die doch einfach auch. Wie praktisch, dass wir gleich beim nächsten sind. Wenn ich müsste, dann würde ich halt mehr auf die Reifen ziehen, ich glaube das wäre einfacher. Alter, plötzlich höre ich hier eine Figur über dem Regal, die über mir umfällt. Ich habe einen Schock bekommen. Ich habe einen Schock, ich habe ihn mit einem Schock. Es ist ziemlich leicht. Ich werde die Schock. Ich mache einen Schock. Ich werde dir einen Schock. Ich werde meinen Schock. Ich werde mir einen Schock.. Haben wir auch geschafft, nice Okay, das andere Auto ist gleich hier in der Umgebung Daher schnappen wir uns das doch einfach mal. Ich glaube das sind wirklich bloß so Gefälligkeiten, die wirklich, soll ich sagen, unendlich sind Um bloß irgendwie ein bisschen Money zu verdienen 115.000 hier für dieses Auto 11.000 hier für dieses Auto 11.000 hier für dieses Auto Okay, jetzt fahren sie von mir weg, die Idioten, das ist etwas doof. Zumindest die meisten waren weg. Okay, IC, wird schon schwieriger. Ernsthaft. Okay. 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 Okay, das ist jetzt doch. Okay, das haben wir auch gut. Das war jetzt schon knapper. Aber haben wir auch gemeistert. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal die Jade Statue zurückbringen, die letzte. Haben wir wirklich alle Upgrades, die es gibt? Okay. 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 EMP. Okay. 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 So, nehm die Verkaufsposition wieder rein. Dann halt nicht! Ja dann, fuck you! Nee. Ich muss immer noch auch darauf achten, ob nicht irgendwie doch plötzlich mal der Tresor auftaucht. So, einer der beiden Tresore auftaucht auf der Minimap, die wir suchen. Bist du nicht? Ich hab glaub ich ziemlich nen Umweg gefahren. Ich glaube es ist echt Ich bin in Bismarck, sieh dich an der Karaoke Barum Ich muss das mal googlen, ob die Mission wirklich Ich bin in Bismarck.